Musik So, willkommen meine Damen und Herren, wir haben heute einen kleinen Spezialfall. Wir müssen einen Intensivkurs machen mit diesem jungen Mann. Er hat nämlich den Latinogrammi bekommen, kann keine Worte aus Spanis und muss eine Dankesrede halten. Sakira, haben wir dafür gewonnen, sie wird dir sagen, was du sagen musst. Hopp, 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 hopp. A mis colegas que con sus voces y que con su música curan todos nuestros males y que nos hacen olvidar las penas y que le dan sentido a la música latina. A mis colegas que con sus voces y que con su música curan todos nuestros males y que nos hacen olvidar las penas. A mis colegas que con sus voces y que con su música curan todos nuestros males y que nos hacen olvidar las penas y que le dan sentido a la música latina. Das gefällt mir sehr gut, ich habe mir das wichtigste oft notiert auf meinem Schmittelzettel da, steht da um, Muschi Galatina, Muschi Galatina, Muschi Galatina. Das wird dann echt ein superhit von Máximo Forcharrito, der so wew es so. Ah. Damas y Caballeros, tenemos un ganador. Es un DJ. Der es der actual ganador del Grammy Latino de este año. Se llama Máximo Forcharrito, el va a subirse ahorita a la Tarrima para recibir ese premio. Ja, die rinne von mir, von mir, Alter. Die armen Kollegen, die ganzen Bosses, die Musiker-Kotan, aus dem Beil, wie er so sehr in den Loch gebetet ist. Muschi Galatina, Muschi Galatina, Super-Hit Maximo. Muschi Galatina, Muschi Galatina, Muschi Galatina, Muschi Galatina, Muschi, 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 Cala, 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 Dina, 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 Lass den Mendl vorbei, der Mendl muss doch in den Untergrund. Ja, und der Flötl auch, der Flötl auch, Julius Wort.